Die UN-Klimakonferenz hat nichts gebracht. 1,5% Erderwärmung ist jetzt schon die Katastrophe. 2% werden überschritten werden, wenn nichts geschieht. Bringe uns in den Aufstand gegen diesen planetarischen Selbstmord an der Seite von Greta Thunberg und unseren Kindern! Oh Gott! Oh Gott, es ist so verlockend! Mal schnell in den Flieger nach Mallorca, die Malediven und wohin auch immer. Mal kurz, billig und schnell holen uns aus diesem zerstörenden, egomanen Wahnsinn raus. Liebe Heufe, Lanz-Thailern! Scheide! 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 Oh Gott, Fisch ist gesund! So hieß es mal, so glaubten wir lange. Das ist nicht mehr gesund. Mikroteilchen Plastik befinden sich in ihrem Fleisch und dann in unserem Organismus. Gar nicht gut. Weck uns auf! Mach uns wach und widerständig! Keine Plastikverpackungen mehr beim Einkauf und auch sonst nicht mehr! Oh Gott, wenn im Mittelmeer vier deutsche Urlauber mit ihrem Segelboot ertrinken, gibt es tagelange Berichterstattung über die menschliche Katastrophe und mögliche Ursachen. Um die 2.000 ertogene Flüchtlinge alleine 2019 juckt niemanden. Ihre Geschichten werden nicht erzählt. Sie sind Menschen. Sie haben einen Namen. Sie haben ein Gesicht. Sie haben eine Familie. Sie haben eine Geschichte. Sie haben ihre Verzweiflung und ihre Hoffnung. Sie sind Menschen wie wir. Erinnern wir uns daran. Und Gott, hilf uns, das Schweigen zu brechen. Musik! Schreie! 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 Auf das Leid von Leidern! Schreie! 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 Auf das Leid von Leidern! Schreie! Oh Gott, eine Ausländerbehörde aus Westfalen wollte um 2 Uhr morgens Sark aus dem Kirchner, also der Lutherkirche, zur Abschiebung nach Rumänien holen. Als Jeside hat er den Horror des IS im Irak erlebt. Im Ruhrpott lebt seine Familie. Danke, dass es so viele Menschen gibt, die widersprochen haben. Das Abschiebesystem ist pervers. Sieh nicht den Menschen. Gib uns Kraft für den Widerstand. Oh Gott, Krieg löst keine Probleme, macht sie nur schlimmer. Frauen und Kinder leiden am meisten darunter, das war schon immer so und ist heute wieder so. Und immer die gleichen verdienen damit Geld. Mach uns wach und stark im Widerspruch. Schreie! 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 Ich bin leck von Leidern. Schöne, schöne. Schreie! 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 Ich bin leck von Leidern. Schöne, schöne. Oh Gott. Für ungefähr 40.000 Geflüchtete sind die überfüllten Lager auf Lesbos, auf Samos, auf den griechischen Inseln die Hölle. Allein im Lager Moria auf Lesbos sind gut 1.000 weißen Kinder alleingelassen. Wobei es schwachsinnig ist, über genaue Zahlen zu reden. Es sind insgesamt ca. 4.000 Kinder. Mach unsere Stimmen viel und mach sie unüberhörbar, dass wir sie retten und zu uns nach Deutschland holen ohne Wenn und Aber. Schreie! 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 Oh Gott. Und jetzt unser Grundbekenntnis. Wir haben super Leben in der Südstadt. Sie sind kostbar. Sie sind einzigartig. Sie machen unsere Lebensqualität aus. Lasst sie nicht der Beliebigkeit und Amazon zum Opfer fallen. Oh Gott, wir sind wunderbare Menschen. Wir können alle zusammen so viel, so unendlich viel. Miteinander holen wir unser Menschsein endlich wieder zurück. Weck die Kraft in uns. Trauen wir uns, wieder Visionen zu haben und für sie zu kämpfen und sie umzusetzen. Erinnere uns, dass wir Menschen sind, miteinander und füreinander. Oh Gott, lass uns nie die Freude ausgeben, die Lust am Widerstand für eine neue Welt. Mach unsere Träume und Visionen stark und denk dran, schmeiß massenweise Hirn vom Himmel herab. Immer wieder, Leute, wenn's nötig ist. Shine on! Shine on! On there noch vor den Adalors shame herraines. Shine on! Shine on! Shine on! Shine on! Shine on! On there noch vor den Adalors. Shine on! Shine on! Schöne, 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 Schöne! Schöne, 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 Schöne!